ja willkommen zurück da sind wir wieder leute ich habe gerade mir alles nachladen lassen ich habe mal die mikrotransaktion von dem anderen charme sieht man aber nicht weil nur die waffen skins jetzt der rest habe ich erstmal ich habe zwar ein zwei sachen angemacht hier noch ein neues portal aber ansonsten und hier irgendwelche leuchtenden augen aber im endeffekt ist das eher als quatsch ja wir wollten neue handschuhe suchen ich habe jetzt noch mal hier die fähigkeiten reingelegt damit überhaupt irgendwie klar kommen ich würde sagen wir machen das aber direkt in der wahlruine weil warum sollen wir jetzt hier nicht dringend weitermachen das ist ja egal wir kommen ja so gut klar also suchen wir uns jetzt mal einen gescheiten gelben oder grauen handschuhe am besten welche mit was gar nicht was jetzt gut habe ich denn hier handschuhe mit leben elementar resistenz und energie schild ok wollen wir mal was finden würde ich sagen schauen wir mal ob wir da was finden was passendes lassen wir durch baumwurzeln dann haben wir diese ganzen komischen dinge auch nicht mehr im inventar den ganzen quatsch hier so guck mal hier wofür war eigentlich das noch mal ach das war oben die spitze für den für die pyramide jaja so war das so war das doch so war das doch ich erinnere mich ich erinnere mich schon so lange her so wahlruinen hier ist natürlich direkt in den ganzen raum ok jetzt open the door alter direkt begrüßt hier allem möglichen erst mal alter finde hier los ich hab den alten filter mal von vornherein geladen warte mal wenn ich schon wenn ich jetzt drücke ach hier ist der essenz deswegen stand wenn ich jetzt z drücke dann wird das irgendwie getoggelt ach so da kann man drüber gehen gut ist ja blöd ach so ich wollte nach handschuhen gucken hä hä ähm das brauche ich denn theoretisch eigentlich brauche ich die handschuhe mit ja vier link mindestens zwei am besten vier blaue ansonsten aber ja irgendwas in der richtung in der richtung ok holen wir uns eben die essenz äh den schrein was ist das jetzt der one hit oder was ist das wenn man das jetzt war wenn man das jetzt war die rollen die licht ist angegangen da ist doch grad das licht angegangen noch gesehen noch gesehen noch ein schleifstein nehm ich das nehm ich apparently nicht mit oh ok da scheint alles irgendwie hier scheiß zu sein deswegen nehmen wir das auch nicht mit wir kommen schon mal nach hause wir haben eine portal rolle oh oh ok 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 nehm ich mit würde ich sagen kann man mal machen einfach mal so ein unique zwischendurch warum auch nicht die brennt schon alles gucken wir uns gleich an so wir wollten aber eigentlich Handschuhe suchen ne dafür wollen wir mal eigentlich hier können wir ein portal rollen die uns nichts bringen man ich brauche Handschuhe oh kann ich auch ich kann natürlich ich muss jetzt nicht irgendwelchen scheiß mitnehmen ich kann auch ähm wunderbar äh gucken dass ich graue finde weil graue sind eigentlich sogar besser weil die kann ich nämlich mit einer Essenz schön äh aufpushen kann ich eigentlich sogar mehr mit anfangen also von daher habe ich sie hier gar nicht eilig und ich kann immer noch alles one hitten also von daher kann ich one hitten aber hier fällt alles um ohne Ende also warum die Hetze wozu die Hetze wenn wir was gutes finden werden wir was mitnehmen und anlegen ganz einfach so einfach ist das manchmal so einfach ist das manchmal irgendwie ist mir zu wenig Wumms explodiert zwar alles aber irgendwie ist mir hier zu wenig Wumms das auch nicht ich habe das Gefühl in dem geht davor weil es hier mehr explodiert also nicht explodiert sondern no what I mean war eh schon alles tot auch toll man kommt da hin alles tot irgendwie sind die Metamorphs auch ganz merkwürdig verteilt oh oh ist das noch wer ich mag mal auf ja der macht gut Damage mal erstmal den hier fällt quasi so um Dankeschön Danke ich kann also jetzt hergehen und was beschwören das ist eine Tunika macht ja wenig Sinn das ist nur eine Fledermaus die brauche ich gar nicht angreifen warum habe ich die Fledermaus eingegriffen oder versucht die Fledermaus anzugreifen das ist Quatsch ich kann auch gar nichts dafür arme Viech Langstab ich finde schön dass die die Lichter sich anschalten war ein doofes Gebiet ey Puff 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 Totalrolle kommen wir immer schon mal zurück hm so was fehlt denn noch ach du heiliges Bisschen da fehlt ja noch richtig viel ach du heiliges Bisschen da habe ich aber soweit alles da hinten ist noch ein Teil den ich nicht gesehen habe aber ich glaube der ist nicht so schlimm na gut hier sind direkt zwei neue ne Metamorphs jetzt werde ich weiter ich traute aber auch irgendwie nix ne ob die irgendwie nur Quatsch oder oder muss ich jetzt echt nach irgendwelchen ganz äh schlechten Scheißsachen gucken damit ich was finde na haben wir so haben wir so weil ne ist angezeigt wird es ja aber halt nicht irgendwie cool level up halt nicht irgendwie so Billo Dinger sowas hier wobei der ist auch grau also Sachen die man gut nutzen kann werden ja auch angezeigt nur äh richter denn da stimmt ja auch stimmt davon halten soll diesen ganzen Schnau da ist ne Essenz ja die nehme ich doch gerne mit die nehme ich doch gerne warte mal nimm da whatever auf ringpanzerhandschuhe ja die könnte ich nehmen aber die muss ich komplett umbauen das ist irgendwie auch doof ne wenn du ein komplettes Item umcraften darfst Na toll, jetzt darf ich erstmal die gesamte Welt verderben. Das war nicht so gut. Wir sind dem Untergang geweiht. Ich bitte dir, Gott. Hilf mir, diese Welt wieder zurück in die Lichter. Na, wir haben hier ein 1 voll. Es ist es 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 es. 10 Kommt ja nicht richtig zu mir, ne? Ich glaube, ich habe hier festgebackt. Na, vielleicht doch nicht. Und die. Don't fucking die. Eine, die eine, ich weiß nicht, wartet es, aber das eine Ding ist schon echt besser. Ja, wie war das mit den Stiefeln? Ach nee, wir wollen ja Handschuhe. Stiefel haben wir jetzt ganz gute. Irgendwas schießt da auf mich. Äh, wo denn? Da. Äh, Färbungssphären. So. Haube, Goldschmied. Wow. Ähm. Noch mehr? Auch Handschuhe, ne? Handschuhe, nehmen wir mit. Brauchen wir das alles nicht, außer es zu verkaufen. Von daher, alles easy. Raus hier und dann... Zurück zur Base. Back to Base, guys. Back to Base. Strategischer Rückzug. Wir haben alles kaputt gemacht. Wir haben alles kaputt gemacht. War nicht gut. Jetzt muss ich erst durchlaufen, ne? Oh, dass man hier mal so lange braucht, um den... ...den Wegpunkt zu finden. So doof. Nein, der ist ja schon. Dauert gar nicht so lang. Hatte ich länger in Erinnerung. Hab ich aber vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Dass der Waypoint hier ganz gut gelegen war. Ja, kommt. Ihr habt da alle was zu erzählen. Ich finde das alle kacke. Grüezi. Verkaufen. Alter. Undurch. Äh. Jetzt keine Handschuhe. Nietengürtel. Betäubungsdauer. Hab ich nicht. Schon wieder beschleunigte Betäubung. Globaler physischer Schaden ist eigentlich auch blöd, ne? Wenn ich die vielleicht mal checken. Stahlhaut. Lebenserad bei Treffer. Oh, das sind meine anderen. Die kann ich ja mal hier drin lassen. Äh. Oh. Entschuldigt. Hilfe. Ich hoffe, das war nicht allzu laut. Ei, ei, ei. Ach, guck mal. Hier ist ja noch mein Epic. Ja, guck mal. Die kommen wir noch mal. Und, ähm. Wir können auch noch mal hier hingehen. Erkritt. Zack. Lüft. Lüft, 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 lüft. So, äh. Nina. Rada. Da sehen. Silk. Da sehen. Helena. Vision. Wiedersehen. Jetzt was Neues. Nein, das ist ja nicht. Erstmal das hier reinpackt. Erstmal die ganzen Dinger da reinpacken. Das. 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 Und dann haben wir noch eine Essenz. Mittlerweile haben wir recht viele, ne? Wenn ich das mal so sagen kann. Jetzt hat er noch was. Okay. Ach so, jetzt soll ich die Pyramide suchen. Alles klar. Alles klar. Okay. Okay. Dann hätten wir gerne einmal das hier. Lauf die Nase. Äh. Maximale Leben. Was hab ich denn da jetzt gerade momentan? Äh. Maximale Mana. Maximale Leben. Den Korallenring können wir raushauen, ne? Nehmen wir erstmal den. Das ist Stärke. Das war eigentlich voll doof, aber... Er hat Geschick. Aber ich meine, guck mal hier. Der hat eh hier alles. Ich meine, der hat 12 Stärke. 3 Leben für den Gegner. Der getroffen wird. Und maximale Anzahl an Widerstandsladung. Und maximales Leben. Finde ich ganz okay. Kann man mal machen. Ähm. Wie sieht das aus mit denen hier? Äh. Oh, Stufe 1. Hm. 7, 7, 6. Gucken wir uns den auch nochmal an. Mittlerweile haben wir ja genug. 2, 11, 5, 5. Betäubungsschwelle. Maximales Mana. Blocker, Holo. Leben pro Sekunde. Kältewiderstand. Mana Widerherstellungsrate mit Fläschchen. Elementarschaden. Nahkampfang ist maximales Mana. Leben pro Sekunde. Was? Wir nehmen mal den hier. Komm, was soll's. So, Handschuhe. Sind alles natürlich keine Vierlings. Hier ist immerhin ein Dreier. Aber das ist auch Quatsch. Die sind totaler Scheiß. Die kann ich auch nicht gebrauchen. Hab ich nix mit anfangen, ey. Okay. Nicht das Ding denn irgendwo leveln wenigstens. Hier reinballern nur, um die mitleveln zu können. Roten Sock glaub ich auch noch. Einfach nur, weil mir da mitgelevelt ist. Die Stahlhaut leveln wir auch noch mit. Die darf sowieso nur bis Level... Steal Skill Level 16. Ja. Ne? Bis dahin sind wir noch... Haben wir noch ein bisschen... Ja. So, das war kein... Ich hab ja nicht so viel craften müssen. Das ist viel zu doof. Ja, I'm going. So viel da jetzt zu... Also rein zu investieren an Crafting Material ist halt auch blöd. Das hat voll keinen Sinn. Alter. Ich denk's da nix böses. Kommt da so ein fettes Vieh raus? Na komm, wer macht mehr damit? Stuhl, oder ich? Grazzauberstab. Und ein Yadabullet. Die Dinger sind ja witzig. Ach, Juni geht's da weiter. In Level 0 oder so. Im Geheimgang. Falls man es so nennen kann. Zepter. Auch kein Zepter. Das sind die ganzen blöden Dinger hier. Ah, ich hab schon alles. Boah. Ich bin aber schnell. Alter. Holy crap. Was ist denn hier los? Wer sind die denn? Ähm. Holy shit. Alter, Finder. Was ist denn nur passiert? Kommt, ich hab mir so ein paar FX an. Unique Dudes. Doppel-Axt. Wams. Großschwert. Topaz-Ring. Äh. Achat-Amulett. Da, nehm ich. Gürtelbogen. Ein Zauberstaben-Hochwertiger. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne einen Brunendolch. Wäre auch ganz geil. Und Schuhe war ich, ne? Aber hier, guck mal hier. Grün. Schuhe? Freue ich nicht. Ist noch nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich werde hier noch ein paar Sachen mehr finden. Deswegen war das kein Sinn, das hier jetzt alles einzusammeln. Ähm. Dickicht des Grauens. Okay. Nein, nein. Alles gut. Ich gehe doch gar nicht da rein, Mann. Wo diese Typen jetzt herkamen, kann ich euch nicht sagen. Muss ich gestehen. Ihr seht mir ein Rätsel. Ich meine, cool, dass sie da waren. War auch irgendwie witzig. Dass sie sehr ausgerastet sind. Aber warum die jetzt da waren und wer die sind und so, keine Ahnung. Ein merkwürdiger Map-Aufbau hier. Nur so Gänge. Voll crazy. Ich muss ja die Pyramide finden, die wird irgendwo im Dickicht sein. Wissen wir ja, aber... Das ist irgendwie sehr strange. Dann ist das strange für die Metamorphs. Weil da unten geht es jetzt nicht weiter. Aber ist da jetzt noch ein Metamorph oder nicht? Aber da jetzt rumzulaufen nochmal komplett, habe ich auch keinen Bock drauf. Ist ja auch doof. Ja, aber so. Wir werden zu Tain Tarné gehen. Ich habe ja nur noch nachguckt. Ähm, und werden innerhalb von wenigen Sekunden, würde ich fast behaupten, was hier cool ist. Das ist Teil. Egal, egal. Ähm, wir werden innerhalb von wenigen Sekunden wissen, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Weil wir nämlich dann einfach... Oh, ein Tresor. Ein güldener Tresor. Habe ich denn Identifikationsrollen? Eine genau, wow. Oh, die Crap. Das geht nix aushalten. Wow, wirklich? Ein Schleifstein? Da ist aber bestimmt mal was anderes getrocknet, ne? Vielleicht ne... Hm. Ich nochmal? So Handschuhe, ne? Ja, Handschuhe. Oh, ein Wahlgebiet. Ein verderbtes... Wahl-irgendwas. Warte, wie die heißen, die Dinger. Geerdetes, abgeschiedenes Dickicht. Blitzwiderstand. Mehr Bo... Mehr... Engegefundener Gegenstelle. Okay. Hm, hm, hm. Bin ich dabei. So, let's go. Let's kill all and everything. Wo sind denn all and everything? Hallo? Regner? Ah, warte, warte. Da hat sich doch was bewegt. Sag mal. Ich geh den hinaus. Tresor! Blattresor. Handschuhe. Die kann ich vielleicht... ...pimpen. Oh. Ne, es sind Schuhe. Können wir sie nicht mitnehmen? Weil ich hier so ne fette Doppelachs dabei hab. Natürlich. Und das Großschwert kann jetzt weg. Neh mich lieber dir mit. Da kann ich wenigstens was vertragen. Dann noch ein bisschen, äh, Inventar-Tetris hier. Södele. Was sind denn die Valts? The Valts. Wie, die war, die Valts? Wir haben schon wieder halbe Leben. Äh, halbe Level. Krass. Geht ja richtig schnell. Uh, wie so. Die sind ja auch nett. Guck mal rüber. Gehen wir gleich spinnen. Ja. Und. Leck. Richtig. Tü. Lassen wir hier gleich durch. Wie groß ist denn das? Mein Gott, sonst sind die noch nicht so lang. Oh, die Würde. Oh, ein Hybrid-Flash hier. Sind wir jetzt am Ende? Na, ich glaub schon, ja. Irgendwas läuft hier rum. Öh. Zombies. Monster. Killer. Viecher. Oh. Ach so, der kann Zombies. Okay. Ja, da wollte ich mich keine mehr ranhalten. So, dass ich hier mein Blitzschaden alles umhaut. So, äh, ja. Noch eben das Brief der Wahl. Dürft ihr einmal euch durchlesen. Und das Wahlgefäß. Langstab, ruhendolch. Nicht schlecht. Hammer. Leder Gürtel. Das Ding nehmen wir mit. Die Eisnower nehmen wir mit. Handschuhe. Äh. Panzer-Handschuhe. Großwert. Nur einmal per Alt. Habe ich irgendwo noch richtig billige Handschuhe rumlegen? Nee, habe ich leider nicht. Schade. Okay, wieder raus. Und dann machen wir mal eben, ähm, so eins hier. Mh, guckt mal, mein neues Portal. Fancy. Fancy AF. Sag ich euch. Fancy AF. Cool. So, und. Verkaufen alles. Äh, zack da weg. Das weg. Das kann auch mal weg. Äh, weg. Und weg. Und. Du, was bringen. Und auch weg. Der ist gar nicht scheiße. 2,5. Wißt du? Maximales Leben. Maximales Mana. Maximales Leben. Warte. Soll's. Geht jetzt gar nicht. Ähm. Fläschchen. Und dann machen wir jetzt mal den hier. Dann tauschen wir die beiden hier von. Und gehen jetzt mal zu school. I will. Dann hauen wir uns. Unsere paar Zauberstäbe, die wir haben, mal hier rein. Riedfläschchen. Art Amoulette. Äh, habe ich eine Essenz? Nein, aber ich habe ein bisschen Currency. Zack, 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 zack. So, was habe ich hier eigentlich? Soziales. Hm. So kann man also mit anderen Leuten sprechen. Ähm, das hat mich ja total interessiert. Das kann dann weg. Und die beiden Dinger, die werden wir gleich mal gucken, ob wir euch was rauskriegen. Ähm, Achat Amoulette kann weg. Und Blitzeis und Eis Nova kann ich eigentlich auch brauchen. Eigentlich. Deswegen kann das auch weg. Das sind auch alles Sachen, die man hinterher zu Tausenden und Abertausenden im Inventar umfliegen hat. Also von daher. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Das ist jetzt nicht irgendwie krasser Epic Loot, den ich hier wegwerfe. So ist das nicht. Ganz verrückt bin ich dann auch noch nicht. Ich bin ja crazy, aber so crazy dann auch nicht. Ich bin ein kleines Lebensding ins Malerfläschchen, nehme ich jetzt gar nicht mehr mit. Das ist mir zu doof. Das ist mir zu doof. Und du? Kannst mal bitte gehen. Oh. 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 Ui. Da hinten wollte ich ja nicht hinschießen. Handschuhe. Daraus was machen, aber die sind schon blau. Ich hab lieber graue. Graue mit gar nichts irgendwie drauf. Das wäre optimal. Mal. Aber. Ob ich die kriege? Warum hab ich eigentlich hier keine... Sorry. Folgen wir mal den Metamorphs. Das wird schon irgendwie gehen. Ach, Affen. Noch ein Metamorph. Mein Gott, wie viel kommen denn hier von diesen Linden? Ah ja. Scheinlich alles zusammen. Das kennen sie nicht. Okay. Äh. So. Das. Ich hab aber nichts gelbes. So. Bam. That worked. Fine. Großer Helm. Erre der Chemie. Ersterbungssphäre. Was ist denn hier noch so? Cool. Das ist ein Helm. Großer Helm. Jo. Ist halt Inventar, ne? Stuff, die man mal verzaubern kann. Oder entzaubern kann, das ist ja gesagt. Ein bisschen Currency. Ah, ich hatte ja Level Up, ne? Äh. Level Up ist... Hier. Und sind wir jetzt? Welchem Level waren wir beim letzten Mal? Ich weiß das gar nicht mehr. So. Ab in die Kavernen. Und gebe niemals dein Passwort preis. Ist der Bescheid, Leute. Ist der Bescheid. So. Was machen wir in den Kavernen? Die Folgeband. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Oder also für mich bis in ein paar Sekunden. Und für euch bis zur nächsten Folge. Reihen. Vielen Dank.